1, 2, Kampf! Ja rennen rennen, ey habt ihr schonmal Dr. Pepper getrunken? In the chat, we're dropping gay! Hast du schonmal Dr. Pepper getrunken Qualle? Ehrenwert, ehrenwertes Getränk! Digga, ich schwöre es gibt manche Menschen, die mögen es, und es gibt Menschen, die hassen es. Weißt du, was wir gemacht haben? Mein Kumpel und ich, wir waren so im Bus ne? Und dann sind wir ins Freibach gefahren, haben wir an der Tankstelle gehalten, um aufzutanken. Also nicht in dem Bus, sondern in so einem Van mit seiner Mutter. Und dann fangen wir sich an, können wir zur Tankstelle gehen und Dr. Pepper kaufen, ne? Er hat meine Waffe geklaut, er hat meine Waffe geklaut. Die gute P2020, die war meine Duo und so. Dann sagt ihr so, nee, dann sagt ihr so, nee, macht ihr nicht, bei der Tankstelle ist alles zu teuer. Dann geht die, geht die doch in Edeka, sagt ihr so, ich gehe in Edeka, die neben der Tankstelle ist, ne? Sie geht, was macht mein Kumpel, bevor sie das Auto ausmacht, macht er sein Fenster runter, ne? Dann klettert er aus dem Fenster raus, rennt in die Tankstelle, kauft drei, äh, kauft zwei Flaschen Dr. Pepper. Und rennt die wieder so gespürt durchs Fenster durch, setzt sich hin in die Mutter und schlägt einfach in die Tür. Ehrenblatt. Das haben wir alles gemacht, was. Jelp, 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 jelp. Er rennt hier weg, er rennt hier weg. Ich dachte, der war, ich dachte, der war knocked. Er ist weg. Ich dachte, der war, hilf mir, schnell hoch. Bro, baut her, baut her, baut her. Abgehen, okay, es pink, by the way. Oh, ich hab ne Edeka. Der hat nicht gesehen, alter. Er drückt mir natürlich aus dem Fett direkt hin. Warte, warte, warte. Futscht bitte mich auch, alter. Hab ihn. Warte, ich komm. Der eine von denen hab ich schon mal. Nice, ich komm gerade. Der andere ist low. Da ist, komm, wir low. Hab, 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 hab. Wohin überhaupt? Weiß ich nicht. Hä? Nein! Der Laser-Strauch. Ich wollte eigentlich einfach wieder da rein droppen, was soll ich immer droppen. Stell dir vor, du hast einfach, du bist ein, einer ist Geburtstag. Also, nee, du hast zehn, du hast zehn Boat-Punkte, okay? Es sind keine Fraktion. Ja. Von, nee, warte, wie viel Geld kann man sich von zehn Boat-Punkte kaufen gar nix? 90. Ja, von zehn Treuepunkten kannst du dir doch 1.000 XP kaufen. Ja. Ja, und von elf Treuepunkten kannst du dir doch das Geld kaufen. 12. Ja, wie viel Geld ich kaufe? Oh Gott, aber noch mal. Ich bin mit dem Puls. Er hat zwei vor allem. Ja, genau. Warum, warum sollte man das nicht? Was? Wenn du 2.500 Geld bekommst, es ist wie, es ist wie, es ist wie, zwölf Treuepunkte. Hä? Nice, 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 nice. Ja, aber trotzdem, warum krieg ich da nur zwei. Loll, äh, draußen. Beweg dich doch, Bangalow. Oh, nur ein Schild, Alter. Hier ist ein Nieder-N-Schild. Ich kaufe nicht jeder. Nieder, ja. Nimm das Schild, komm. Wo ist hier Nieder-N-Schild? Ja, wo es Nieder ist, aber. Beide low, beide Sheet-Frake. Ich, 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 ich kann nicht kurz, das ist drin. Äh, einer noch. Ja, nice. Weiter noch. Einfach Zugschau hat mich gerade gehalten, ne? Wir slash Hudson is nun. If I can, we can. everybody. Thanks, guys. Bis zum nächsten Mal. 保测된